Herzlich Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Fuma, bei mir gibt es Tipps, Tricks und Guides, meine lieben Freunde, genauso wie auch den Platin-Guide, doch heute dreht sich alles um Diablo 4. Checkt auf jeden Fall gerne dieses Video aus, das war das letzte, was ich für Diablo 4 gemacht habe und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, würde ich mich mega über ein Abo freuen. Das hier ist ein anderer Blockbuster auf meinem Kanal, den ich gemacht habe, also let's do it, nach dem Intro geht es los und wie sage ich immer so schön, Semper Fi, lassen wir es krachen. Und damit ein recht herzliches Willkommen zu meinem kleinen Video, absolut unterschätztes Werkzeug. Hierbei geht es aber um Getränke und natürlich aber auch um Pasten, Räucherstäbchen, Stäbchen, Labarabarber. So, also, es ist völlig egal, in den größeren Städten findet ihr auf jeden Fall diese Tante hier, die Alchemistin. Bei der Alchemistin könnt ihr euch unterschiedliche Tränke in unterschiedlichen Stufen herstellen. Das wird aber auch kein langweiliges Video, denn ich möchte euch einfach zeigen, dass das so cool ist und absolut meiner Ansicht nach unterschätzt. Also, es geht nicht um diese Getränke hier, weil das sind ja die Heiltränke, sondern es geht zum einen um die Elixiere und es geht um die Räucherwerkzeuge. Also, fangen wir aber mal bei den Elixieren an. Ihr seht, dass es unterschiedliche Elixiere gibt und immer beachtet bei der Beschreibung mal drauf, was da steht. 30 Minuten lang die kritische Trefferschance um 3% zu erholen und den kritischen Trefferschaden um 20%. Für 30 Minuten macht auf jeden Fall Sinn. Das ist aber für Stufe 60. Je höher ihr in der Stufe kommt, das heißt, man braucht die Levelstufe 60. Und darüber hinaus natürlich staffeln die sich auch. Also, es gibt so einen Trank auch schon, ich glaube auf Levelstufe 15 oder so. Ihr seht das, was es da alles gibt. Blitzwiderstand, das ist sowas, Blitzwiderstand, Feuerwiderstand, das ist alles, was ich nicht wirklich empfehle. Giftwiderstand, Kältewiderstand, aber halt Elixier der Präzision auf jeden Fall. Und dann würde ich euch empfehlen, immer einen kleinen Vorrat anzulegen. Weil, erkläre ich euch gleich, hier zum Beispiel Elixier des Schmetterns, gerade für Druiden, die mit dem Bär spielen, Überwältigungsschaden. Halleluja, Schwester. 30 Minuten lang, 30% mehr. Die 5% Erfahrung, das ist immer noch ein Bonus oben drauf, darum geht es hier nicht. So, jetzt geht es aber auch darum, Ausweichchance, gerade für Zauberer ist das eine gute Möglichkeit, wenn sie sich schnell verpissen müssen. Angriffsgeschwindigkeit ist für mich eine geile Nummer, das ist zum Beispiel eine richtig gute Nummer, Angriffsgeschwindigkeit um 10% erhöht. Da ich eine Zweihandwaffe, mit einer Zweihandwaffe spiele, empfehle ich auch für jeden, aber, ja, ist meine Angriffsgeschwindigkeit erhöht. So, und ihr seht, was ihr immer für Materialien braucht. Aufgrund, dass ihr ein Pferd habt, sammelt ihr eindeutig weniger Materialien. So, ich bin jetzt durch mit meinen Materialien, huch, mir fehlen jetzt dafür Gehlenbeeren, habe ich gerade gelesen. So, jetzt gehen wir mal hier rüber und da können wir gucken, da sind sie, da kann ich mir Beeren kaufen, 42 Stück. Halleluja, Schwester, kostet mich 4.000. Also, es ist vom Geld her, die Materialien zu kaufen, auch nicht wirklich teuer, das muss man ehrlich sagen. Deswegen, ich gehe immer hier hin, kaufe immer den ganzen Laden leer, da bist du vielleicht 100.000 los oder 200.000, aber da bist du ja eh dann im Millionenbereich. So, und jetzt geht es aber mal zu den Interessanteren, da müssen wir ein bisschen weiter nach unten scrollen. So, dann Hammer, das ist natürlich für Totenbeschwörer gut, die Dornenrüstung spielen, Rüstung 50 Dornen mehr, ja, 25, um 25 Prozent Erfahrung, 5, ja, 5 Prozent, genau so. So, dann die Ausweichchance nochmal, so, Schattenwiderstand, Kältewiderstand, ihr seht das, das sind die kleinen, das sind wirklich die kleinen, ab Stufe 5, das sind die ganz kleinen. So, und jetzt gehen wir mal nach oben, ihr seht das, ab Stufe 20, Stufe 25, Stufe 30 und so geht das weiter. Jetzt möchte ich aber, jetzt muss ich aber selber suchen, da sind wir doch, da sind wir doch schon bei dem richtigen, so, ab Stufe 36, hier geht es schon los. So, ähm, 30 Minuten lang den Schaden gegen Spinnen, Wildtiere, Maden, Schlangen und Werwölfe erhöht, gerade wenn ihr oben im oberen Gebiet seid. Dann hier, gegen Vampire, Skelette, Zombies, Geister, Ertrunkene erhöht. So, dann, gehen wir noch ein Stückchen weiter hoch, da, das ist sehr wichtig, Elixier des Dämonenschlacht, oder der Dämonenschlacht, kann ich definitiv empfehlen. Gerade wenn ihr Höllenfluten spielt, dann ist das Video, äh, dann solltet ihr auf jeden Fall das mitnehmen, weil den Höllenfluten können halt auch viele gefallene Ziegenmenschen, Fliegen und Dämonen. Und ihr macht einfach 20% komplett mehr Schaden, dass ihr, ich zeige euch das gleich, ähm, wie das geht. Ich spiele gerade auf Qualstufe 3, also auf die Weltstufe 3 und hab echt mal ein oder zweimal ein paar kleine Schwierigkeiten, aber wenn ihr die Tränke nehmt, geht ihr da echt durch wie ein heißes Messer durch Butter, meine lieben Freunde. Gut, soviel dazu hier erklärt. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, aber jetzt gehen wir nochmal hier weiter. Ja, das habe ich verwendet, wenn ich im Team spiele, ähm, genau, Lied des Berges, das, ähm, Verwendung erhöht für alle Spieler in der Nähe, die Rüstung um 200. Gerade wenn ihr im Team spielt und ihr habt ein Teammate, der nicht ganz so stark ist, dann könnt ihr hier diese, ja, dieses Räucherwerk benutzen, ähm, das ist auch unterschiedlich. Einmal noch die Verwendung erhöht für alle Spieler in der Nähe, die Geschicklichkeit. Ja, seid ihr zum Beispiel, äh, eine Gruppe Barbaren, dann hier, meine lieben Freunde. Wenn alle Viere das nehmen, dann pusht ihr euch gegenseitig, weil das ist auch ein kleiner Kreis. Ich zeige euch das gleich mal, ähm, wie der Kreis aussieht. Ich stelle mal eins her. So, und hier ist das Schöne, ihr könnt, ähm, an dieser Stelle, ihr seht das schon, das sind meine ganzen Dungeons, tralala, Schlüssel hier, meine Albtraum Dungeons. So, ihr seht, ich habe viele Tränke, ich bin halt immer irgendwie gewappnet. Manchmal findet man die Tränke aber auch in Kisten, man kriegt sie auch als Belohnung. So, und, ähm, das will ich euch mal zeigen, ich hoffe, man sieht es auch bei dem Hellen. Ich habe das verwendet, zack, ihr seht es, um mich drumherum ist so ein kleiner, ja, wie soll ich sagen, so ein kleiner Kreis. Ja, und wenn vier Barbaren das nehmen, sind die Rüstung der Barbaren gestärkt, ihr seht das? Ja, mhm, so, hier, ihr seht das, drumherum ist um mich ein kleiner Kreis. Das heißt also, alle meine Verbündeten stärke ich die Rüstung, die Intelligenz und so weiter und so fort. Gerade in einer Gruppe auf höheren Stufen werdet ihr Elixiere und Räucherwerk brauchen, unabhängig davon gibt es ja auch eine Trophäe. Tränke, Elixiere, Gebreue, schaut euch um. Ja, gut. Also schaut euch da wirklich um, guckt euch das aus, was ihr macht. Wie gesagt, ich kann, ähm, definitiv das hier empfehlen. Da habe ich schon drei verbraucht, ja, 30 Minuten lang Schaden gegen Ziegenmenschen gefallene. Gerade wenn ihr Höllenfluten spielt und dann je nachdem ich bin, wo wir jetzt hingehen werden, weiß ich noch nicht, was da für Gegner sind. Ich zeige es euch erst ohne Trank und dann mit Trank, also let's do it, lassen wir es krachen. Jetzt gibt es noch ein bisschen Gameplay als Beispiel dafür. Ich kämpfe ja gerade gegen Ziegenmenschen. Die sind richtig hart. Ich muss mich gerade super zurückziehen. Deswegen werde ich mich jetzt mal schnell ertrollen. Und dann werden wir mal schnell, oh man, was trinken. Ja, ja, so. Ne, ich will mir was trinken. Aber, so, Jungs. Machen wir mal mit, ja. Ich brauche Zeit, um was zu tun. So. Ja, jetzt haben wir den auch tot. Boah. Also ihr seht, Ziegenmenschen mit dem Elixier, was ich gerade genommen habe. Ich zeige es euch nochmal. Das ist das Elixier, was ich auch bei Höllenfluten nehme. Na, 30 Minuten lang der Schaden gegen Ziegenmenschen gefallene Fliegendämonen, bloß 20%. Und dann noch ein Erfahrungsgewinn drauf. So, jetzt gehen wir wieder hoch, weil ich, das war gerade ja ein schöner Hinterhalt in den Dungeon. Erst hatte ich Banditen, dachte ich mir, what the fuck. Und dann habe ich was ausgelöst. Und das hat mich richtig was gekostet. Na ja, da lang. So, aber da ich jetzt gewappnet bin, läuft das. Guckt euch das an hier. Das ist ja, das rumliegt, aber. Ja, das ist ein Ziegenmännchen. Bam, und geschafft. So. Ah, das war interessant. Bisher alles Banditen. Und dann löst ihr hier dieses Ding zum Heilen aus. Und dann sind es auf einmal Ziegenmenschen. Also, seid ihr euch ruhig variabel? Das ist super kostengünstig. Sie haben es zwar ein bisschen genervt. Das war nämlich 25% immer. Aber 20% merkt man einfach auch. Je nachdem, in was für einem Dungeon ihr seid. Dann nehmt denn, wenn ihr seht, was es für Gegner sind. Könnt ihr ganz schnell die, ja, die Elixiere nehmen. Und natürlich auch die Räucherstäbchen, wenn ihr im Team spielt. Ganz wichtige Sache. Und immer fünf von diesen Flüster-Schlüsseln dabei haben. Wenn euch das gefällt, meine lieben Freunde. Was ich mache, dann das mit ganzem Däumchen oben da. Und ja, abonniert meinen Kanal. Macht rechts die Glocke an, um nichts mehr zu verpassen. Bis dahin, bleibt gesund und Semper Fee. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch eure Meinung ist mir wichtig. Also lasst die Tasten glühen und rein damit in die Kommentare. Mein besonderer Dank geht an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet den Laden als Master und Commander hier am Laufen. Danke für eure Treue und euren Support. Semper Fee, euer Fuma. Semper Fee, euer Fuma.